Befehlt! Fahrwärts, Schwestern! Lass' ab! Ich geh' it weg! Fort, fort mit euch! Elend, Segen! Seid auf der Hut! Also ja, es ist gut, die Elementare sind nicht aggro. Ich glaub, die Elementare tun auch die beiden vorderen Tore. Das heißt, wir können erstmal das Tor in Ruhe freiräumen und hier fette Verteidigung inklusive Eiswerfer machen. Elend, Segen! In Windeseile! Ja, jetzt müssen wir halt wieder warten auf Nahrung. Ja, ihr seht unsere Bärensträucher. Gut, endlich ist die Nahrung von den Elfen so gesehen auch nicht, aber Bärensträucher brauchen halt eine Ewigkeit, um nachzufüllen. Und ja, Jagdtier ist halt endlich. Tiere respawnen ja nicht, solange wir nicht die Karte komplett resetten. Aber ich muss sagen, wir kriegen das grad gut hin. Wir brauchen noch ein Viertel Level, dann sind wir 27. Und ja, ich hab die 10 Wächterinnen halt als Meat Shields, auch wenn's böse ist, ausgebildet. Schlimm wird's halt, wenn die Jägerinnen hier an der Jägergäte herumstehen. Das bedeutet dann, dass wir keine Jagdtiere mehr in der Nehme haben. Und dann müssten wir uns wirklich darauf belassen, dass die Bären sammelt werden. Und ja, es bringt nix, das Ork-Monument zu aktivieren. Erstens, weil sich Orks und Elfen bekriegen würden. Und weil die Ork-Nahrung leider nicht als Elfen-Nahrung zählt. Also ihre Bevölkerung und ihre Ressourcen sind ja getrennt, weil's ein helles und dunkles Volk ist. Also bleibt uns jetzt nichts anderes als warten. Warten und die Forstwölfe in Schach halten. So, ich sieht mal aber auch hier wieder, wie wenig Ressourcen gerade Elfen brauchen. Gerade mal Holz, Linie und Nahrung. Die anderen vier Ressourcen sind völlig irrelevant. Wobei Eisen wäre nett, aber können wir als Elfen nicht abbauen. Können wir schon abbauen, aber wir haben kein Abbaugebäude. Wir hätten hier Eisen. Wir haben aber... Wir können es aber nicht die ganze Zeit von hier, vom Monument... Also von dort zum Monument rüberschleppen. Also das wäre möglich, theoretisch. Einfach ganz normale Arbeiten Eis nachbauen zu lassen. Zumal die... Na, es geht, was die... Das Eisen angeht. Ich dachte, sie würden mehr brauchen. Also natürlich... Hüterinnen können wir vergessen. Wandererinnen... Nee. Außerdem, wir müssen eh auf Nahrung warten. Da brauchen wir kein Eisen. Ich meine, ich mag Windschützinnen sowieso irgendwie ein bisschen lieber... ...als Wandererinnen. Auch wenn sie jetzt gerade nicht so sonderlich nützlich sind. Ja, dauert noch ein bisschen, bis wir... Gut, die stehen jetzt hier leid und warten. Und ja, das ist das, was ich gemeint habe. Selbst die Jägerinnen... ...fangen schon an, nicht mehr genügend... ...Bleisch zu finden. Das war, glaube ich, wirklich unser letzter Büffel hier in der Gegend. Das war einfachin, commandments name Zeltesitz. Das war nicht ganz outline,center zu, unterbrechen worden. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht. Aber in der��들はいender ... Die Entste mitzitzenden psychisches inwalt. Die Entste mitzitzenden kleinen zieken, was soll macht ihr doch jeder braucht ihr nicht unbedingt was soll ich tun wie ein pfeil wie gesagt 50 sollte reichen um das postwolf lager auszumerzen wohin soll ich gehen los schwestern befehl in windes eile wohin soll ich gehen schnell wie ein segen da weiß was lena kommt sie sich mal zurück du machst hier nämlich alles nur durcheinander sie wurde von unseren heilern geheilt also ja wie gesagt das wird eine weile dauern also noch höher zu kommen bei 50 geht jetzt doch gerade das sind wir ja nicht mehr weit entfernt von ich könnte jetzt mal die letzte habe freischalten unsere linie ist zwar schon ziemlich aufgebraucht aber so extrem viel werden wir jetzt hoffentlich nicht noch also ja ein paar eismagierinnen wäre nicht schlecht android in den stadt heilerinnen später mein bogen für die rune Meine Schwestern, wohin soll ich gehen? In Windeseile. Ja. Ja. Feinde, zu den Bögen. Also ja, so klappt das ganz gut und so können wir dann auch unten die ausräuchern. So eins nach dem anderen. Weil wie ich ja gesagt habe, es sind zum Glück einzelne Cluster, wo sie herkommen. Ich glaube drei Stück. Mit jedem, den wir ausräuchern, kommen wir besser voran. Also wird es einfacher. Ich glaube, wir kriegen das hin, ohne dass wir gleich das gesamte Camp agruhen. Ja, dann werden wir eine Übermacht gegenüber. Wenn wir eins nach dem anderen ausräuchern können und zerstören können, kriegen wir das gut hin. Ja. Ich gehe hin. Ja. Es sind zu viele. Ja. Sie kreisen uns ein. Elend segen. Schnell wie ein Pfeil. Wir sind in Gefahr. Fort, fort mit euch. Also ich sehe gute Scheinbarhaben-Frostwürfel-Probleme damit, meine Units zu treffen. Okay, noch etwas über 100 Nahrung. Kommt ja aber zum Glück vor den Jägern rein und das Nahrungslager selber produziert ja auch noch mal. Ganz ehrlich, was soll das eigentlich sein? Tränke? Sieht eigentlich aus, auf der einen Seite wie Tränke. Auf der anderen Seite sieht es aber auch irgendwie aus wie konserviertes Fleisch. Also ja, es sind Weinfässer dahinten. Könnten, könnten Weinflaschen sein. Wohin soll ich gehen? In Windeseile. Hm. Hm. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Elfenruhne noch zu kaufen. Tadaa, können wir jetzt unsere Windschützen noch aufs Buch ziehen und dann können wir uns zum Angriff vorbereiten. Was? Was? Und ja, wir können dann später noch einen Zwei-Linia-Sammler da drüben errichten. Hm. Wohin solltet ihr? So, Bid Biddy noch aus. Wart fort mit euch. Elends Segen. Rasch wie der Wind. Ich höre. Los Schwestern. So. Da würde ich aber sagen, sobald der hier tot ist. Klop. Jetzt. Speichern wir mal wieder. So. Und da gibt es erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.